Wenn ich auf dem Gipfel stehe und die Ski anschnalle, bin ich einfach frei. Mit Audi verbinde ich Design, Komfort und Spaß. Ich arbeite bei Audi seit 2012 als Eigenschaftsentwickler der Gesamtfahrzeugerprobung. Ich bin zuständig für die Erprobung der Connect Funktion unserer Fahrzeuge, für die Aussteuerung unserer Erprobungsfahrer und für die Kommunikation mit den Fachbereichen. Ich habe mich damals für die Audi entschieden, weil ich Produkte entwickeln wollte, auf die ich stolz sein kann und die bei den Kunden gut ankommen. Besonders gut gefällt mir, dass wir in unserem Team eigenverantwortlich und mit viel Freiraum unsere Erprobungen planen und durchführen können. Und dabei sind wir in den unterschiedlichsten Ländern unterwegs. Wir sorgen dafür, dass die Connect Funktion unserer Fahrzeuge die wachsenden Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Ich habe mit drei Jahren angefangen Ski zu fahren. Nachdem das jahrelange Skifahren mir dann irgendwann so eintönig wurde, habe ich mir neue Herausforderungen gesucht. Vor drei Jahren bin ich mit begeisterten Skitourengängern aus meinem Freundeskreis dann das erste Mal auf Tour gegangen. Mich begeistert das Anspruchsvolle im Aufstieg und in der Abfahrt im freien Gelände. Die Geselligkeit, wenn man einfach mit Freunden in der Natur unterwegs ist und der Flow bei der Abfahrt, wenn man einfach im Moment lebt. Auf Skitour wird einem bewusst, dass man als Team immer weiter kommt als allein und dass man sich dabei jederzeit auf seine Teamkollegen verlassen können muss. Ich habe für mich mitgenommen Herausforderungen anzugehen und mich davor zurückzuschrecken, weil es sich am Ende immer lohnt. Mein Name ist Patrick Lang und das ist mein innerer Antrieb.